Und tschüss! So, dann hab ich mal. Wow! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Okay, okay. Den muss ich zuerst ausschalten. Boah! Boah! Jetzt aber, komm, komm! Boah, sehr gut. Und jetzt dich! Headshot! Der Nächste bitte! Ah! Knapp! Kommst du mal raus? Jetzt hab ich wenig Munition. So, jetzt aber. Ja, so gut war der Schuss jetzt auch wieder. Ich hab ne Weile gebraucht. Ich geh mal näher hin. Kommt noch jemand? Man weiß es ja nicht. Okay. Boah! Nein, nein, nein! Boah! Nein, nein! Boah! War ein bisschen knapp. Okay. Ich geh mal hoch. Ich freu mich dann drauf! So, jetzt aber. Und tschüss! Das hier seht schon mal funktioniert. Sophia hat ja auch noch dabei gehabt. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Da oben ist auch noch jemand. Kommt doch her! Komm her! Du kannst auch herkommen. Ganz leise. Und tschüss! Nein, nein, nein! Ich bin nicht da. Wunderbar. Der hatte irgendwas. Einfach so. Kannst rüberkommen. Müll anscheinend nicht. Okay. Granate. Moment mal. Ich bin hier. Du bist weg. Dankeschön für die Granate. Die sammeln dich sehr gerne ein. So, was ist erstmal hier unten? Hier unten müsste erstmal die Bahn frei sein. Irgendein Hinweis, irgendein Schatz. Zufälligerweise. Nein. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Da war irgendwo ein Hinweis, soviel ich jetzt mal weiß. Hier ist eine Kiste. Die können wir wieder knacken. So. Was? Was hat jetzt Nadine gesagt? Mit Panzer? Nadine. Mach mal du. Ah. So, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Ah. So, jetzt aber. Ja. Muss erstmal wieder reinkommen. Beim Schießen hier. Okay. Erstmal nachladen. C4 wieder. Ach, die verliere ich anscheinend immer wieder. Ich kann nur Granate und C4 mitnehmen. Ah, lass dich bei Granate. Da hab ich zwei. Wo ich die gleich auch verschwenden kann. Komm, ich schmeiß mal. Zwei Stück mal. C4 nehm ich mal mit. Komme ich jetzt mal da rüber. Ist auch mal interessant. Kommt die mir einfach mal mit. C4 auch noch. Ja, ist ja gut jetzt. Er lebt noch. Jetzt aber. Wie viel schluckt denn der? Also das ist schon wieder abnormal. Ich hab nur... Ja, kommen nämlich die andere wieder. So. Jetzt sind wir mal hier drüben. Woher kamen die gerade? Ist natürlich die Frage. Wenn wir gerade eben schon hier waren. So, gehen wir mal wieder hier hoch. Hier ist nichts los, doch. Ja, natürlich. Granate. Oh, ne, 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 ne. Willst du mich verarschen? Soll ich den jetzt killen? Ey, ich hab keine Powerwaffen. Granatenwerfer oder sonstiges. Verdammt, okay, okay. Das wird eng, das wird eng. Nimm mal die andere Waffe und ich schwirg mich einfach mal hier rüber. Du meinst, ich hab dich gleich. Verdammt, 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 verdammt. Jetzt aber. Tschüss. Nein. Puh. Oh nein, 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 nein. Aber jetzt aber. So, jetzt haben wir ihn mal. Gott sei Dank ist hier eine Panzerwaus. Hier unten. Und bam. Ich hoffe, der ist mal tot. Ich hoffe es mal. Der Sniper liegt hier auch mal rum. Genau. Hier bist du. Sehr gut. Ähm. Genau. Wer noch? Hier hinten, hier hinten. Er ist schon mal tot. Hier ist noch einer. Oh nein. Knapp die Rübe vorbei. Aber jetzt aber. Okay, der ist schon tot. Das freut mich schon mal. Nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Verdammt. Oh verdammt. Kann ich den überhaupt schon schlagen? Ist die Frage. Hier. Hier. Zwei Stück ja leicht. Tod. Schon tot. Das ist tatsächlich schon tot. So, Dankeschön. Jetzt habe ich auch mal was. So, jetzt aber. Yeah. Jetzt geht es hier mal drauf. Das war richtig gut gespielt jetzt gerade. So, die Waffe nehme ich natürlich gerne mit. Noch so ein Riesenteil hätte ich jetzt einfach so nicht so leicht gepackt. Hier ist noch was. Munition. Nochmal Munition. So, Nadine. Wir kommen jetzt mal hier raus. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo denn? Ach, hier. Habe ich noch gar nicht gesehen. So, jetzt aber. Nochmal. Aber jetzt aber. Und doch. Das musste ja klappen. Nadine ist ja mit Anlauf schon gesprungen. Ist hier was? Irgendein Schatz? Ich suche hier gerne Schätze. Und mache alles kaputt natürlich. So. Hm. Ich frage es aber nur wie. So, ich kletter einfach mal hier hoch. Wow. Wow. Da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden. Also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Ja. Das stimmt allerdings. Das glaube ich auch. Und hier ist ein Eingang. Irgendwie schade, dass Belor der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. Ja. Jetzt wissen es wie es. Gehen wir hier runter. Wo klettern? Wieder ein Hinweis. Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hussala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? Elf. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor dem Perser. Okay, elf Könige gab es. Und der Junge, der war der letzte. Ist auch mal gut zu wissen hier. Hier rüber. Waren wir noch gerade, oder? Ja. Wo ist jetzt Nadine? 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 Ah, Nadine ist da oben. Ich gehe mal ganz kurz mal hier rein. Ich weiß, ich war da schon drin. Aber. Höchstwahrscheinlich. Komme ich da wieder zu Nadine. Einfach mal wieder hoch. Da runter komme ich nicht, dann sterbe ich. So. So, ich bin wieder da. Ja. Irgendein Hinweis. Wahrscheinlich hier hoch, habe ich mir gerade auch schon gedacht. Wo kann man denn sonst noch? Hier rein. Das ist ein Schatz. Aha. Sehr gut. Ähm. Spiel. Ich habe den Schatz gerade eben aufgehoben. Spiel will er anscheinend nicht mehr. Merke ich so gerade. Es wird hier nichts angezeigt. Okay. Nadine ist auch noch oben. Ich komme hier zugeweise nicht mehr durch. Aber wird jetzt mein Schatz nicht mehr angezeigt. Sprengen kann ich auch nicht mehr. Okay. Ich mache mal hier eine Pause. Wie es dann hier weiter geht. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Let's play. Uncharted. The Lost Legacy. Bis dahin, Leute. wieder zurück. Sehr gut. Bis dahin.